was glaubt mein lieben freunde und seid so herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft community server 30 andrean und drei läuft hinter uns er kann aber leider nicht mit bei skype oder so dabei sein das tut mir leid warum leckt es gerade kann es mir mit einer sagen das leckt extrem die haare why is it so leggy shit man hier schlagen wir hier unten so verpiss dich so und jetzt zeige ich euch hier das heiligtum wenn ich finden würde ein knopf hopp so sasche hier war gerade eben eine creeper explosion hier geht es nach draußen hier geht hoch hier kommt man runter und dann geht man normalerweise da und dann gehe ich mal so hier ist es wahrscheinlich hier 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 es gibt sie nicht also was geht denn bei euch habe leute leute schnell was essen wie alle wie kann das sein es gibt es doch irgendwie nicht jetzt bin ich kaputt wahrscheinlich mann gibt es doch nicht es reizt mir hier 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 ich finde es endlich mehr jetzt sage ich adios amigos das so ich sammle hier ein bisschen zeug oh mein gott leute 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 ist wird das wirklich die letzte folge community so wie jetzt schon so früh ich hoffe er ist auf den brauche ein paar steine weil ich muss mich ja dann da hoch kämpfen ich würde sagen ich habe keinen bogen dabei aber ich würde auf jeden fall den erfolg ernten das ist ganz klar ich hoffe auf jeden fall dass ich hier weitergeht wenn es nicht weitergeht dann haben wir ein kleines problem so wir graben uns hier an das ganz nach draußen jetzt muss man ein bisschen nach nach oben graben dann haben wir uns hier mit ein stück rüber so ein stück in die richtung hier so und jetzt sind wir draußen den endermänner nicht in die augen schauen mit schluss mal dann kriegst du das mal hier bam bam die füße auf die füße so bist du doch so bist du doch man wahrscheinlich das habe ich ja super gemacht lasst auf jeden fall ein like da für diese aggier die reaktion gerade eben das fand ich gerade richtig gerne und dann schluss weg Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Komm, wir laufen selber runter. So, und jetzt... So, und nun war es... ...ahme da rein. So, und... 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 So, ich komme... So, und... 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.